Kohl das Eis. Über den Strommast nach. Jetzt kommen sie von oben. Wie viel weiter? Klipp. Sehr klipp. Du hast das immer gesagt, dass ich immer gefragt habe. Ich habe wirklich das Ding hinter dir gefunden. Nach dir! Was für die Scheiße? Jesus Christus! Ja, von wegen. Aber letztes Mal ging es nicht so gut. Der Scheiße kam aus keinem. Das war wirklich laut. Hoffentlich gibt es noch mehr davon. Ja, naja, los geht's. Wir wollen nicht, um zu finden. Es ist sehr nah. Komm. Da. Das Stück von Scheiße ist halb gebaut. Na ja, ich habe so einen Plan darüber. Wir sind hier für die Herzen, nicht für das Haus. Das stimmt. Feuer, bitte. Ich bin einfach nur ein Ort, um zu sehen, wenn ich bin Autist. So lange, es gibt Essen, wer weiß, was es aussieht. Du wirst nicht so denken, wenn du mit ein paar Ingen von Schnee aufschlösenst. Aber der linke Teil sieht eigentlich noch richtig heil aus, oder? Überdacht, wenn ich mich richtig sehe. Ist eigentlich nur der Hauptteil hier offen. Aber wenn wir da links reingehen. Vielleicht gibt es einen Weg um. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Kann ich gehen? Ich bin ein Amerikaner. Es ist okay. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Ich gehe erst. Ich kann vorne gehen. Wenn wir einfach wirklich schnell gehen, wird es wahrscheinlich okay sein. Ja. Kein Neues, das zu rutschen. Wir müssen sich ausbreiten. Nur um sicher zu sein. Lass uns warten, desto besser. Ich glaube, war das jetzt ein See oder sowas? Aber ein See, da hätten wir vielleicht das andere Ende gesehen. So, jetzt aber Vorsicht hier. Ich habe so ein echt uncooles Gefühl, Mann. Er hängt natürlich hinterher. Wie sollte er eigentlich alle Waffen, Mann? Er ist schon hier angeschlagen. Was zur Hölle? Oh, Mann, 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 Mann. Wir haben einige Walkers hinter uns. Es ist nur drei. Alles klar. Alles klar. Lass uns zu das Haus kommen. Hey! Bleib mit uns! Oh Gott! Wo will er denn hin? Oh Gott! Er wird ihn töten! Kenny! Komm zurück hier, du Scheiße! Ich lasse dich, du Scheiße! Nein! Kenny! Ich lasse dich, du Scheiße! Hör ihn nicht! Hör ihn nicht! Sehr schön! Wollt ihr ihn überhaupt weh tun? Jetzt guckt er mir wieder böse an. Was soll ich machen? Der ist zur Zeit nicht berechenbar. So ein bisschen. So langsam weiter. Los Leute. Er ist auf die behandelte Stelle gelaufen, wo ich vorhin war wahrscheinlich. Ach nee, er hat ja nur eine AK sehe ich gerade. Unser Messer. Hey, ich kann es machen. Es ist, es ist okay. Wollt ihr sicher? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Du hast walkers auf der Weg. Lass mich dir helfen. Es ist zu tief für beide uns. Ich muss nur... Ich muss nur... Luke, nein! Stopp! Stopp! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Nein, du bist nicht. Ich muss nur Hilfe. Du brauchst Hilfe, Luke. Das Eis ist zu tief. Ich habe es. Du musst Hilfe. Nein! Clem! Geh! 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 Nein! Clem! Geh! 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 Clem! Geh! Clem! Das ist zu gefährlich. Danke! Danke! Ich werde auf der Sekunde. Geh! 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 Ich habe nicht gedrückt. So. Doppelschuss. Wir haben genug Munition. So viele sind es gar nicht. Zack! Ich habe dich! Alter, warum geht es dir denn hin, Mensch? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da sind nur drei Stück, Mann. Oh nein! Ist das ein Scherz? Wo sind die hin? Wo? Wo? Ja klar, da ist es wieder übelst dick, ne? Ach, scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hätte schießen sollen, verdammt! Ich hätte schießen sollen, verdammt! Nichts mehr, was du tun kannst! Schöne! Na klar, hu 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 hu. Orientieren, orientieren. Oh, natürlich ist er tot. Wir geh ins Krab... Ach, das kann doch nicht wahr sein? Och... ey. So eine... Scheiße. Was ist das behindert? Scheiße, es ist okay, ich habe dich. Ich habe dich. Komm, sie kommt natürlich raus. Sie war noch viel länger unter Wasser, Mensch. Wir hätten einfach rüberrennen sollen. Verdammt. Doch, das kotzt mich gerade an. Muss ich jetzt mal so sagen. Es kotzt mich gerade ein bisschen an. Santa kann nicht halten. Ja, klasse. Geiler Erfolg. Schnell Feuer machen, Feuer, Feuer. Oh, ich bin leicht weiß. Schnell Feuer, 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 Feuer. Guck dir mich immer so böse an. Nur weil ich wusste, dir Scheiße in den Kopf schließen, Mensch. Wir sollten auf meine Hand gehen. Verdammt. Wir sollten einfach auf meine Hand gehen. Es ist meine Schuld. Ich sollte mit ihm bleiben. Ich sagte, ich habe zu gehen. Es war nichts, was ich tun konnte. Du könntest... Du könntest ihm helfen. Was ist das fies? Du bist du, Clem. Das ist nicht auf dich. Du scheiße Scheiße. Das ist deine Schuld. Oh, ruhig, Kenny. Geil! Geil, Mann! Geil! 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 Du hör doch was zu streiten. Wir brauchen Feuer, verdammt. Es ist leicht kalt. Wenn man in den Eis fällt. Oh, was? Oh, was? Alter! Boah, was geht? Alter, Kenny, 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 hör auf, man. Kenny, stop it! Stop it! Wir können ihn ja nicht vermoppen lassen. Nicht zur Bestie werden, auch in dieser Welt. Er muss sein... ... das Gute in sich selbst behalten. Geht ja gar nicht. Was? Lass deinen Garten für diese Art? Was? Ja, jetzt kann es ja nicht vergleichen mit dem anderen Mongora. Was hast du ihm getan? Er ist gefallen. Scheiße, Mann. Verdammt. Das sind natürlich Kacke jetzt. Du willst mir erzählen, wie eine Kante von Chili... Wie ist ein Kind zu sterben? Das würde niemanden helfen? Das ist deine Schuld. Und du kennst es richtig gut. Kommt schon, nicht streiten, mach den Feuer an. Ich stehe ihn ab. Okay. Mike, hilf mir, ein Feuer zu starten. Du bist okay? Er hat wirklich gut gehört. Mike! Ja, ja, okay. Ja, das stört ihn. Er ist der einzige, der noch richtig menschlich geblieben ist. Also... Ja, nicht nur er, aber am meisten, so wie es aussieht. Ich... ... dachte ich hatte Nachos. Was? Vor der Nachos? Der Nachos? Ah... Na klar, es war ein Geschenk. Das schmeißen wir doch nicht weg, Mensch. Jedenfalls nicht gewollt. So leicht geht es Feuer zu machen. Sehr schön. Ein bisschen zack zack aufs Holz und gut ist. Oh, bitte ruhig eine Stille. Er guckt mich immer noch so böse an, ne? Der Typ. Okay. Ein bisschen verstehen kann ich ihn. Lass mich einen Blick auf dich, Kind. Jesus. Er könnte dich töten. Was ist falsch mit ihm? Du bist vorbei. Oh Gott, sie haben nur Chili allein gegessen. Ich schweine. Kenny ist zurück, versucht zu einigen dummen Trucks zu starten. Wenn es funktioniert, ist gut. Hier. Du solltest etwas essen. Besser als gammeln. Du bist okay? Okay. Danke. Ich kann es nicht glauben, dass er weg ist. Ich habe Menschen vorhin verloren, aber... ... wir haben es einfach nicht. Sie haben es in einem Moment gekrabbelt. Hätte ich mal hingekrabbelt. Er hat auch gebraucht, Jane. Ich weiß, dass er es hat. Gott sei Dank. Ich sollte nicht zurückkommen. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Nein. Doch, wir sind froh. Wir sind froh. Ich bin froh, dass du es getan hast. Ich werde etwas finden, um das zu schrauben. Danke. Danke. Ich kann es nicht mehr nehmen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Du fühlst dich besser? Ja. Das ist so. Aber wir müssen weiter gehen. Wenn du es fühlst, ich kann eine Hand zurück mit diesem Fahrzeug nutzen. Dieses Haus ist nicht wert, aber die Fahrzeugen ist nicht wert. Wir müssen mit ihm reden, das geht noch nicht weiter. Das ist der Spirit, darling. Ich warte dir zurück. Kein Problem, Daddy. Ich werde ihn sehen. Ist das nicht süß? Clem. Nur... Sei vorsichtig. Was hat sie gesagt? Ich weiß, dass sie in ihrer Mache rief. Was hat sie gesagt? Du solltest das nicht mit Arvo getan haben. Ich weiß. Ich weiß, Clem. Aber Luke. Du kannst das nicht tun. Jesus, Clem. Du kennst mich. Du kennst mich nicht so. Du hast mich schraubt. Du schraubt alles über mich. Du schraubt alles über mich. Es wird nicht wieder passieren. Das ist eine Prozesse. Ich nehme es jetzt mal als Wort. Was ist passiert? Es ist vorbei. Aber AJ braucht uns jetzt. Wir müssen uns zusammenhalten. Okay? Komm mal. Mal sehen, ob der Fahrzeug geht. Meine Mutter hat immer gesagt, dass er eine halbe Zahne rechte war. Er war ein schreckliches Mann. Aber er hat mir Respekt gelernt. Eine Frau wie Jane könnte einiges über das lernen. Wir sind alle nur müde, Mann. Wir sind alle nur müde, Mann. Ja, Mann. Von der ganzen Scheiße hier. Ich bin seit zwei Jahren müde. Alles klar. Gib es einen Moment. Wir sind so nah, Clem. Mit ein wenig Glück kann ich das Ding laufen. Und dann können wir raus auf die Straße und wirklich ein paar Gelegenheiten machen. Wellington muss da draußen sein. Es klingt gut für mich. Was über Mexiko? Es klingt gut für mich. Ich glaube, dass wir jetzt so weit wie wir im Norden sind, nach Mexiko wäre blödsinn. Aber es wäre warm. Das wäre der einzige Vorteil, aber trotzdem. Okay, schau es wieder. Ach, verdammt. Habt ihr es? Ja. Gott, verdammt! Wir werden es arbeiten. Klar schaffen wir es. Ja, aber ohne Supply und so ist Kacke. Das schaffst du. Oder so. Ach, sie macht schon nichts, Mensch. Oh, da sitzt wer. So. So. Und ich glaube, ich werde jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Wir haben jetzt ca. 55, 56 Minuten aufgenommen oder sowas. Ähm, ja. Da ist ja wieder viel passiert hier in der Episode. Das ist ja der Hammer. Das Spiel geht weiter, wie es aufgehört hat. Es ist einfach Bombe. Es macht mega Laune. Ich kann es nur empfehlen. Wer das Spiel noch nicht hat, holt es euch. Es ist echt eine Empfehlung. Und ja, mal gucken. Das mit Luke ist jetzt echt scheiße gelaufen. Was soll ich sagen? Shit happens. Wir können es nicht mehr ändern. Das ist Kacke. Vielleicht hätte ich doch hinkrabbeln sollen. Wer weiß. Naja. Wie gesagt. Danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt wieder eine andere Schnitttechnik genommen. Beim nächsten Mal gibt es wieder nach jeder Episode. Aber es war so spannend. Ich musste durchgucken. In dem Sinne. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. So. Das war ja mal eine Megascheiß jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist Luke tot. Es kann nicht sein. Hätte ich zu ihm vorkrabbeln müssen? Hätte ich nicht schießen sollen? Ich wusste es nicht. Weil es hat ja schon geknackst, wo wir da standen. Das heißt, das drumherum wäre definitiv kaputt gegangen. Ich bin jetzt so gespannt. Ich muss mir jetzt... Also wenn ich das durch habe, zocke ich es glaube ich nochmal. Nur um mir anzugucken, was passiert, wenn ich da hinkrabbel. Ne. Nur zu wissen, ob ich mich dann selber verprügeln muss. Ja. Aber... Mal gucken. Ich weiß nicht. Oder hätten wir aufs Eis schießen können? Das ist nämlich die Frage. Ich habe das gar nicht realisiert in dem Moment. Ich habe nur gesehen aufs Eis schlagen und habe draufgeklickt. Aber was soll man machen? Jetzt sind wir drüben. Dass Kenny A wohl in die Fresse gehauen hat. Ich weiß nicht. Aber es ist Kenny. Mein Gott. Er ist sehr emotional. Aber berechenbar. Wir wissen ja, wenn sowas passiert, dass es ist. Also wenn man ihn einschätzen kann. Ich weiß nicht. Aber ich mag ihn trotzdem. Tja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ob wir die Kale ankriegen. Ist ja auch so eine Sache. Aber AWO hat nicht gelogen. Essen gab es. Naja. Das ist jetzt alles so ein Ding. Wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Also danke fürs Zuschauen. Oben links könnt ihr wie immer alle Folgen sehen. Von The Walking Dead. Wenn ihr immer eine Playlist zu stürmen wollt, auf der rechten Seite. Da seht ihr auch andere Projekte, die ich so am Laufen habe. Und wenn euch der Kram gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Unten links. In dem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Bleibt hier seid. Wir sehen uns. Tschüssi. 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 Tschüssi.